So liebe Mochelfreunde, es ist 11. Februar und wir haben die ersten kleinen Babyprachtsexemplare gefunden. Schöne kleine Babys. Im 11. Februar. Ich weiß, was die Leute mit Koma heissen zum ersten Moral Hunter Video vom Jahr. Das ist natürlich auch das erste Moral Hunter Video vom Jahr. Wir haben hier am ganzen Weg überall kleine Babys gefunden. So ganz schöne. So. 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 Es lohnt sich nicht so mit Wälder-Säcken, die sind muntzig. Wir nehmen hier noch gar keine, wir nehmen hier Babys. Es sind keine Babyschlachter. Das überlassen wir anderen. Hier fühlen wir uns schon fast wieder 30. Es kommt zum Glastrainieren einfach, da habe ich schon fast Angst zum Duro. Hallo.